Mit meiner Mutter Dativ neutral Mit meinem Fahrrad Dativ plural Bei meinen Freunden Use the following pattern Ish, mine, do, dine I play with my son Do you play with your son He play with his son She play with her son Ish play with zon Zon, zon, zon Dear zon Ish, mine, do, dine Ish, mine, do, dine Dear son Dear, dine My name My name's son Do spils Dine name's son Er spilt Mit Dine name's son Zine name's son Ze spilt mit Ich spiele mit. Ich spiele mit. Zainer, he plays with his sons. Does she play with her sons? Zainer, he plays with his sons. Oh sorry, doctor to de-toktor. That's not the check for me. Yes, de-toktor, feminine. We play with, D thak le kii hai? D thak le hoi chai, dear. Jo last, er jog hoi. VR shat he hoi chai, unzar, unzar, r, er jog hoi. Unzar, jog, er. Unzar, er, tohtar. Now we play with her, she is built. Year hoi chai, eur, er, she is built. Ihrar, tohtar. Eper hoi chai, tohtar, neta plural. Dohtars. Unzarren. Ihr spielt euren, ihren. Wir spielen mit unserer Tochter. Ihr spielt mit eurer Tochter. Sie spielen mit ihrer Tochter. Wir spielen mit unseren Töchtern. Ihr spielt mit euren Töchtern. Sie spielen mit ihren Töchtern. Sie spielen mit ihren Töchtern. Miner. Proud, soarbeid. Dushpist. Das heißt, ich kann nicht sagen, Dear Bruder, Dainem, Dainem. Hier ist bei D-Freunden Freunden, das ist plural D-Freunden D-R-Kirche D-Din 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 D-R-Takijan D-Din 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 D-East D-Din 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 Ich fahre mit meiner Frau zur Arbeit. Der Bruder, die Brüder Du spielst mit deinem Bruder Tennis. Der Freund, die Freunde Er ist bei seinen Freunden. Die Großmutter, die Großmütter Sie ist bei ihrer Großmutter. Wir sehen mit Unser Unser Diäre Unserem Unseren Da wurde Freundin Freundinnen Da wurde Freund 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 Ja. Der Bruder, die Brüder. Wir sehen mit unserem Bruder fern. Die Freundin, die Freundinnen. Ihr seid bei eurer Freundin. Die Tochter, die Töchter. Sie haben Probleme mit ihrer Tochter. Sie haben Probleme mit ihren Töchtern. Telefonierst du oft mit deinen Freunden? Ja, ich telefoniere oft mit meinen Freunden. Nein, ich telefoniere nicht mit meinen Freundinnen. Wohnst du bei deinen Eltern? Ja, ich wohne bei meinen Eltern. Nein, ich wohne bei meinen Eltern. Nein, ich wohne nicht bei meinen Eltern. Hörst du oft mit deinem Handy Musik? Ja, ich höre oft mit meinem Handy Musik. Nein, ich höre oft mit meinem Handy Musik. Ja, ich höre oft mit meinem Handy Musik. Nein, ich höre oft mit meinem Handy Musik. Fährst du manchmal mit meinem Fahrrad zur Arbeit? Ja, ich fahre oft mit meinem Handy Musik. Ja, ich fahre manchmal mit meinem Fahrrad zur Arbeit. Nein, ich fahre nie mit meinem Fahrrad zur Arbeit. Ja, ich fahre oft mit meinem Fahrrad zur Arbeit. Ja, ich fahre oft mit meinem Handy Musik. Ja, ich fahre oft mit meinem Handy Musik. Ich bin bei meinem Sprachkurs, das weißt du doch. Ja, mach ich. Tschüss. Hast du mit deinem Vater telefoniert? Nein, das war meine Mutter. Sie macht sich Sorgen, weil ich nicht angerufen habe. Ich habe ihr aber gesagt, dass ich beim Sprachkurs bin. Vielleicht hat sie es ja nur vergessen. Ja, zum hundertsten Mal. Ich kenne das, meine Eltern hören mir auch nicht zu. Es ist ihnen egal, was ich denke. Aber du darfst allein in Deutschland sein. Ich bin abgehauen. Außerdem bin ich erwachsen. Ich darf sein, wo ich will. Du doch auch. Ich würde meine Familie nie verlassen. Okay. Was ist richtig? Niko und Selma sprechen über die Familie. Niko hat Probleme mit seinen Eltern. Selma möchte bei ihrer Familie sein. Das ist Max. Meine Eltern heißen Franz und Hilde. Ich habe Geschwister, einen Bruder und eine Schwester. Ich habe Geschwister, einen Bruder und eine Schwester. Fabian ist jünger als ich und Single, also ledig. Sie war mit Philipp verheiratet. Jetzt sind sie geschieden. Sie haben zwei Kinder. Sie sind geschieden. Fabian ist jünger als ich, like me. Und Single als ledig. Ledig ist meine Schwester und meine Schwester. Sie sind geschieden. diese Firite zu cumplen. Sie werden eine Schwester genun gelernt undrise purkosaun. Sie sind geschieden. So das ist. Sie sind geschieden, laut Sie bes broken. Sie sind geschieden nicht die Schwester, inibilidad Nein. Die Schwester은 ges compris. Sie sind geschieden. Sie haben zwei Kinder, der Dutro-Bachers. Laura ist meine Nichte, Janis ist mein Neffe. Meine Eltern haben also schon Enkel, meine Mutter ist die Großmutter von Laura und Janis. Mein Vater ist ihr Großvater. Meine Eltern haben also schon Enkel, meine Mutter ist die Großmutter von Laura und Janis. Mein Vater ist ihr Großvater. Wer ist die Mutter von deinem Vater? 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 Die Mutter von meinem Vater ist meine Großmutter. Die Mutter von deinem Vater ist meine Großmutter. Die Mutter von meinem Vater ist meine Großmutter. Okay, ist meine Großmutter. Großmutter ist eine Nominativ. Female, that's why meine Großmutter. Wer ist die Schwester von deiner Mutter? Wer ist die Schwester von deiner Mutter? Meine Mutter von meiner Mutter, die Mutter von meiner Mutter, die Mutter von meiner Mutter ist meine Tante. Wer ist der Sohn von deinem Bruder? Wer ist der Sohn von deinem Bruder? Oh, sorry. Who is your brother's son? Oh, achso. Where is their son? Okay. Who is the son from your brother? Oh, achso. Sorry. Who is the son from your brother? Min so, achso. Tomar vair chele, tomar kihae. Der Sohn, der Sohn von meinem Bruder ist mein Neffe. Der Sohn von meinem Bruder ist mein Neffe. Mein Neffe. Der Sohn von meinem Bruder ist mein Großvater. Der Vater von meinem Vater ist mein Großvater. Hast du eine große oder eine kleine Familie? Ich habe eine große Familie in meinem, in meinen, in meinen, in meinen Familie, there are my, in my family, I don't know. Hast du eine große oder eine kleine Familie? Ich habe eine große Familie. Ich wohne mit meinen Eltern und meinen, in meinen Großeltern. Ich habe eine kleine Familie. Ich, 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 ich lebe mit meinen, mit meinen, mit meinem, sorry, mit mein, mit meiner Frau. Ich habe eine große Familie. Ich habe eine große Familie. Ich habe eine kleine Familie. Oh, urakhali jasste, to, du, ki, bohse, batami. Kader, kade, shate, thak, etau, bole, dite, pari, shate. Hast du Geschwister, wie heißen sie? Hast du Geschwister, wie heißen sie? Ja, ich habe, ich habe eine Schwester, mein, mein Bruder heißt, Mr., mein Bruder heißt, X und meine Schwester heißt, Y. Nein, nein, ich habe keine Schwester, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin Einzelkind, I think. Ich bin, ich bin Einzelkind. 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 Ich bin Einzelkind. Einzelkind. Was ist das? Aber ich bin ein Google Translate. Ja, ich habe Geschwister. Mein Bruder heißt Peter und meine Schwester heißt Mara. Nein, ich habe keine Geschwister. Ich bin Einzelkind. War dein Vater früher streng? War dein Vater früher. Früher, früher. Ja, earlier. Streng, manache. Kothin. Kothin, but strict. Sorry. Streng. Was your father strict before? Tumar Baba, kyaage strict chilo? Ja, mein Vater war früher streng. Nein, mein Vater war nicht streng. Ja, mein Vater war früher streng. Nein, mein Vater war früher nicht streng. Haben deine Eltern oder deine Geschwister früher mit dir gespielt? Sandra ist derrume brown. Ja, unser Vater war früher, Traz powiedział er. Ja. Vielen Dank. 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 Okay. 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 Let's do that. Okay. Okay. Vielen Dank. Ich habe die Beine und die Beine und die Beine und die Beine. 2, Zine, Neltern Ich habe noch ein paar Punkte, dass ich die Karte verabschiede. Ich habe die Karte gesagt, dass ich die Karte habe. Dann schauen wir, jetzt nach der Karte. Und dann wieder, dann kommen wir zum nächsten Mal zum nächsten Mal. Dann gehen wir zum nächsten Mal. Das ist eine Maske. 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 Das ist eine Maske.